Hier, das kennt ihr ein oder andere, wenn man die Finger natürlich so hat, dann geht man einfach her und rubbelt ein bisschen schneller. Dann sieht man, dass da zum Beispiel ein Großteil dieser Masse runterkommt. Weil wie gesagt, ihr habt auf der Haut immer Filmfett drauf und wie ihr seht, geht es relativ gut weg. Mit Wasser sowieso dann recht, erst recht so, aber wenn man den Effekt noch unterstützen möchte, braucht man eigentlich nur morgens, bevor man aus dem Haus geht, die Hände kurz eingreben, was man im Winter prinzipiell mit seiner Haut machen sollte oder auch eine Lippenpflege oder wie auch immer, aber das geht zum Beispiel.